Wollt ihr ertränken? Ihre sind auch Menschen. Das ist dein Job, Ronny. Los. Was machen wir jetzt? Wir sind noch mal im See, drei Welpen ertränken und suchen ihn weiter. Alles im Griff. Was für Welpen? Drei süße, kleine Welpen. Ja! Heisenstein. Aber los! Wo hast du sie gelassen? Fritz! Geh schnell zu Fritz und hol ihn her! Lauf! Los! Lauf! Wo? Wo sind sie? Hey! Die wollen nach Eisenstein fahren. Fritz das. Es gibt mehrere Eisensteins. Warte! Thüringen, bei Eisenach. Mann! Ich hab wirklich viel! Was? Das ist so ein Überlebenskrieg! Die können schwimmen! Komm weg! Müssen wir die eigentlich alle mit uns rumschleppen? Fritz Fuchs würde doch auch kommen, wenn wir nur eins von den Scheitern hätten. Ja, ich glaub schon. Ich glaube nicht. Was würde denn Herr Zenkart sagen, wenn Fritz Fuchs deshalb nicht kommt? Das ist so ein Überlebenskrieg. Das ist so ein Überlebenskrieg. Ich habe ihn mit uns rumschleppen. Das ist so ein Überlebenskrieg. Lauf! Schneller! Aufpusten! Ihr bleibt hier. Ich bin gleich wieder da. ARD Text im Auftrag von Funk